Ruhe. So, Frage an die Klasse. Wer hat denn wohl den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts begangen? Oh, I love you more than once can say. Yeah, let's go. Yo, meine Damen und Herren. Es ist dein Junge, Shitty Shitty One and Only. Und wir sind wieder zurück. Heute, Leute. Heute schauen wir uns wieder. Heute, wieder. So, Herero and Namaka Genocide. Bertha Schneider. Alright, so without saying too much, I'm going to jump on this that way. I'm not really sure what this is about, but I can see the title, okay? I want to learn how to know. So, like I've said to you guys before, the German satire, yeah? Sometimes I find it funny. Sometimes it just slaps me right in the face. And sometimes I'm just like, no way. The Germans are different. Like, to be honest, yeah? Like, when you guys do your stuff is very different. Very, very different. Okay? I think I find it entertaining. But it shocks me. Yeah, very shocking. Anyway, that's too much, guys. We are going to jump on this track. Check it out. But before we start guys, smash like subscribe, give them some love. And let's go to action. First of all, I'm going to smash like. Alright, let's do this. Let's do this. Okay. Okay, let's go. He said now, he said Turkey will do their first ambassador to Berlin. What now? Let's learn from their history. No. No. Don't say that to Turkish people. Don't say that to Turkish people. They are going to go mad. No. 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 Actually, the very first genocide, from what I've heard, was attributed to, was associated or was blamed on the Germans. Okay. But recently I found out kind of otherwise. I was like, what? No. Okay, let's go. Wir haben damals in der Kolonie Deutsch-Süd-West die Herero und die Nama fast komplett ausgerottet. Gerade vor drei Wochen haben uns die Opferverbände in Den Haag offiziell verklagt. Was? Deutschland verklagt? Da habe ich ja überhaupt nichts von mitgekriegt. Konnten sie auch nicht. Hat fast keiner drüber berichtet. Die deutschen Medien waren da leider mit wichtigeren Dingen beschäftigt, mit der Modelleisenbahn von Horst. Horst Seehofer als German Politiker, hat den Medien seine extensive Kollektion von Modell-Trennen in seinem Basement gezeigt. So hat er die Menschen gestreckt. Warte, lass uns sehen, wer dieser Katzenberger ist. Daniela Katzenberger, lass uns sie sehen. Yo, ich rieche hier, weil... Ich rieche hier, weil... Ich meine, sie ist schön, also... Warum riecht er, wie... Wer wird sie heiraten? Warum riecht er? Sie look hot, ne? Schlimm. Schlimm. Da fragt man sich ja wirklich, welcher gesunde Mensch heiratet denn die Katzenberger? Au! Du pass mal auf, Freundchen. Seit 2007 gab es im Bundestag allein fünf Anträge, die Verbrechen an den Herero endlich als Völkermord anzuerkennen. Immer wieder abgeschmettert. Mit welchem Argument? Da kommen sie nie drauf. Ich komm nicht drauf. Die Rechtsnorm des Völkermords wurde allerdings erst 1948 geschaffen, sodass der Rückbezug nicht möglich ist und Rechtsansprüche daraus auch nicht hergeleitet werden können. Warte mal! Das ist ja genau das Türken-Argument! Sehr gut! Du Oli, dann male ich dir gleich eine kleine Sonne ins Heft. Und guck mal, die lacht sogar ein bisschen. Schön! Der Oliver hat was verstanden. Hurra! Oh! So, die Deutschen sagten, ja, die Türke haben einen Genossiden, ja? Ja? Und jetzt, die Türken benutzen, die Türken benutzen, die nicht genossiden. Denn dann wurde das nicht genossiden. Denn das genossiden wurde nur stipuliert oder in der Art von 1948. Aber wenn alles passiert, bevor die Zeit, die sagen, das nicht genossiden. Aber jetzt, die Türken, die Türken haben einen genossiden. Denn sie sagen, die Türken haben einen genossiden. Aber sie sagen, sie haben keinen genossiden. Aber... Oh! Ich verstehe das jetzt. So, die einzige deutsche Regierungspolitikerin, die sich jemals bei den Opfern entschuldigt hat, war 2004 die Witschurek-Zäule von der SPD. Die hat sogar geweint. Und musste sich hinterher vom CSU-Mann Ruck anhören. Das wäre ein, Zitat, teurer Gefühlsausbruch. Klagen in Milliardenhöhe gegen Deutschland sollte keine unnötige Munition geliefert werden. Und ich finde Munition ist in diesem Zusammenhang eine besonders fein gewählt. Amunition. Verstehen Sie? Den Türken geht es wenigstens um die Ehre. Deutschland möchte einfach nur Geld sparen. Oh! 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 Ich dachte ja, sie haben versucht, das türkische Hörer zu sparen. Aber nein! 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 Wir sind da hittin' die deutsche Regierung hart. Oh mein Gott! Ja! Entschuldigung, so dicke haben wir es ja auch nicht, ne? Und außerdem hat Bundespräsident Roman Herzog damals, ich glaube 98 mal, gesagt, was Deutschland mit den Herero gemacht hat, war, Zitat, nicht in Ordnung. Oliver! Wenn ich nach zwei Dosen Red Bull und ner Beefy im Fahrstuhl aufstoße, das ist nicht in Ordnung. Ein ganzes Volk in die Wüste treiben und sie da verrecken lassen, nennt man Völkermord. Ha? Nicht in Ordnung? Völkermord. So, jemand zu Hause? So, jetzt schreibt die ganze Klasse hundertmal den Satz, ich will nie wieder anderen erklären, wie man einen Völkermord richtig aufarbeitet, bevor ich nicht alle meine eigenen Völkermorde richtig aufgearbeitet habe. Noch Fragen? Ja, und zwar wollte ich doch einmal noch auf die Katzenberger zurückkommen. Aua! Birte Schneider, meine Damen und Herren! Oh, mei! Oh, mei! Oh, mei! This one was hard! This one was hard! This one was reprimanding. He was spanking their governments, spanking them in this satire, saying, you're pointing fingers at the Turkish. You're pointing fingers at the Turkish. But then you're hiding yours. At least the Turkish are doing it for honor. Trying to preserve the honor. But you are trying to do it to save money. Oh, my gosh. Oh, my gosh. How is this on German TV? Like, how is the German government not banning this from being Ed? This is crazy, man. Like, this is very, very crazy. Like, I haven't got too much to say. I'm just like, wow. Even myself, this one hit me hard. Yeah, this one definitely hit me hard, 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 hard. Yo, hoiti show. Okay. This is heavy on my chest. Um. I think I better be careful. Yeah. Wow. Intense. Oh. Yeah. This is heavy. Woo.